Jo, meine wögelten Friends, euer Avon ist da, vielen Dank fürs Einschauen und Vorbeischauen. Freunde, euer Avon ist noch in den österreichischen Alpen und fährt Ski. Ich hoffe, es passt bei mir alles. Und deswegen produziere ich euch dieses Video vor, natürlich mit den News inbegriffen. Und die sind natürlich wieder mal Bombe, wie ich finde, Freunde. Und deswegen starte ich eigentlich auch gleich rein. Also wir schauen uns auf jeden Fall John A. Deetons oder wie ich es gerne in meinem Kopf immer nenne, John A. Daytona und seine Vorhersage an, was bezüglich BTC und Ethereum und XRP betrifft. Und wir schauen uns eine richtig gute Entwicklung an bezüglich XRP Ledger und der Unique Node List. Den Validatoren also, die Stimmrecht haben, wenn ein Update oder eine Änderung auf dem XRP Ledger geschieht, dann müssen sich die Unique Node Lists Validatoren sich einigen. Also mehr wie 80% auf jeden Fall haben und da hat sich was geändert. Und dann schauen wir uns gleich zwei Upgrades oder Updates bezüglich dem XRP Ledger an. Eins haben wir schon durchgewunken und das zweite sollte kommen und was die beinhalten. Also, let's fett ins Video, Freunde. John A. Deetons, Daytona, sagt das Schicksal von Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH und XRP nach fünf Jahren voraus. Ja, gut, John A. Deetons hat kürzlich getwittert, dass er glaubt, dass Bitcoin, Ethereum und XRP Token auch in fünf Jahren noch bestehen werden. Das glaube ich auch. Also da brauchen wir uns, glaube ich, jetzt nicht gegenseitig an die Google gehen, oder Freunde? Schaut es gerne in den Kommentaren. Die Bedeutung hinter dieser Aussage ist folgendes. John A. Deetons kehrte zu einer Prognose zurück, die er im August letzten Jahres gemacht hatte und bezog sich auf Untersuchungen des Head of Assets der Züricher Signum Bank. Und vorher die Züricher Signum Bank, ich darf vorlesen, die Signum Bank, ihr findet alle Links wieder unten in der Beschreibung. Also die Signum Bank AG ist die weltweit erste regulierte digitale Assetbank und ein Digital Assets Spezialist mit globaler Reichweite. Mit der Schweizer Bank Lizenz der Signum Bank AG. Ja, wie gesagt, schaut es euch gerne an. Also auf jeden Fall auch keine kleine Bank und keine private Bank und so weiter und so fort. Also dem kann man auch Glauben schenken. So, die drei Digital Vermögenswerte der Zukunft vorschlugen. Also die Türicher Signum Bank schlug, ja, drei digitale Vermögenswerte vor. Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel. Ethereum für die Infrastruktur und XRP für Zahlungen. Sind wir uns da einig, Freunde? Also bei Bitcoin auf jeden Fall, bei XRP auch. Ethereum, ja, Ethereum wird meiner Meinung nach nicht aussterben. Mal schauen, ob die Upgrades, was da alles noch kommt, auf Ethereum, ja, einschlagen werden und nachhaltig und langfristig die Blockchain auf Platz 2 halten werden. Deaton hält an seiner Prognose fest, dass sich für XRP mit Ausnahme des laufenden Ripple-Rechtsstreits seit 2020, als die Vorhersage getroffen wurde, nichts geändert hat. Ja, also es hat sich, ja, fundamental tatsächlich noch immer nichts geändert. Im Gegenteil, knallhart in die positive Richtung, Freunde. Wollte ich so als Gedanken hier noch mit reinfließen lassen, weil wir ja jetzt auf XRP Ledger eingehen und die Änderungen. Ja, was hat sich geändert? Ich habe hier getwittert, Breaking XRP Ledger ist jetzt noch mehr dezentraler. Ist natürlich dezentral davor schon geworden gewesen. Also XRP Ledger Foundation hat ihre neueste UNL-Liste veröffentlicht. Einzelheiten im Link oder weiter unten im Tweet. Ich fasse euch das Ganze zusammen, aber unten in der Beschreibung findet ihr dann dementsprechend auch von der Ledger Foundation selber die Verkündung des Ganzen. So, ein weiterer Ripple-Validator wurde aus der UNL-Liste entfernt. Also wie gesagt, es gibt die Validatoren und die Validatoren, die in den Unique-Node-List dabei sind und das sind momentan 34, es waren 35, jetzt sind es 34, wir kommen gleich dazu, haben eben die Stimmrechte, die Macht zu entscheiden zusammen. Sie brauchen 80% oder mehr Übereinstimmung über zwei Wochen hinweg, damit was geändert werden soll, kann auf dem XRP Ledger. Und da wurde ein weiterer Ripple-Validator aus der UNL-List entfernt. Ich glaube, am Anfang waren es vier, drei, zwei und jetzt nur noch eins, Freunde. In Übereinstimmung mit unserer Richtlinie von einem Validator pro Einheit. Mit dieser Änderung gibt es keine Entitäten mit mehreren Validierern in unserem veröffentlichten UNL. Also nur noch eine Identität pro Validator. Richtig, richtig geil. Ein weiterer Validator wurde ebenfalls entfernt. Der von der University of Korea betriebene Validator reagiert seit Wochen nicht mehr und belegt einen Slot auf der negativen UNL. Die negativen UNL-Slots sind für Wartung, Upgrades und Notfälle reserviert. Ja, wir haben den Validator XRPL Aesthetis.art hinzugefügt. Aesthetis.art ist auch ein Blockchain-Projekt, der über den XRP Ledger läuft. Der Validator hat die Eigenschaften eines guten Netzwerkteilnehmers gezeigt und hat somit auch einen Platz bekommen. Und uns ist bewusst, dass die Anzahl der Validatoren in unseren veröffentlichten UNL mit diesen Änderungen geringfügig von 35 auf 34 gesunken ist. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Listengröße in unserem nächsten Update erhöhen werden. So und worüber natürlich oder worauf sich natürlich immer die ganze Bitcoin Maxis und die Welt und die Number Leaver und einfach die achten, die wenig Ahnung vom Ganzen haben, achten natürlich immer, wie viel Einfluss hat denn Ripple? Ja, auf den XRP Ledger, oh wow 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 wow. So, Ripple sind jetzt auf einen Validator auf veröffentlichten UNLs von 34, also 2,9% Freunde vom ganzen Kuchen. 2,9% und keine einzelne Entität hat mehr als einen Validator auf der UNL. Leute, zeigt mir so eine Dezentralität auf Ethereum oder sogar auf Bitcoin. Zeigt es mir, ja, beim Bitcoin die Mining-Unternehmen und bei Ethereum, ja, jetzt auch Proof of Stake die Staking Pools Betreiber. Zeigt mir mal. Gut, gehen wir einfach mal weiter, gehen wir einfach mal weiter. Okay, also ein neuer Update-Vorschlag auf dem XRP Ledger. Mitwirkender schlägt neue Änderungen für XRP Ledger vor. Hier sind die neuen Details. Also, kürzlich hat das XRP Ledger einen neuen Änderungsvorschlag zur Implementierung im Ledger erhalten. Dennis Angeli ist der Mitwirkende und Vorschlagende der jüngsten Änderung, die mit dem Code XLS34D gekennzeichnet ist. Also, das auch mal vormerken und dass wir es mal gehört haben. Es stellt fest, dass solche Anpassungen dazu beitragen würden, die Fähigkeiten und Funktionalitäten der nicht-XRP-nativen XRP-R-Assets zu verbessern. Also, hier auch, ja, ein Hauch Interoperabilität. Also, was genau ist jetzt dieser Vorschlag, also die Änderung mit XLS34D? Ich lese eins zu eins vor. Der neue Vorschlag wird die XRP Ledger Transaktionen, Objekte und sogar RPC-Methoden ändern. Die RPC-Methoden, Freunde, ich darf wieder vorlesen. Remote Procedure Call ist eine Technik zur Realisierung von Interprozesskommunikation. Sie ermöglicht den Aufruf von Funktionen in anderen Adressräumen. Habe ich davor natürlich auch nicht gewusst. Darüber hinaus wird es die Verwendung von Trustline-Guthaben auf Escrows und Page-Channels ermöglichen. Ja, ihr hört es richtig heraus. Man kann momentan über den Escrows nur XRPs verwahren und bewegen. Und dieser XLS34D-Update ermöglicht es tatsächlich auch, ja, nicht-XRP-Native Tokens auf den Escrows zu sperren, Leute. Genial, genial. Insbesondere unterstützt das Netzwerk verschiedene auf dem Hauptbuch verhandelbare Instrumente wie Checks, Escrows und Page-Channels. Die Escrows und Page-Channels werden jedoch nur für die nativen XRP-Assets verwendet. Es ist der Check, der die Verwendung von Trustline-Guthaben ermöglicht. Also hier auch einfach ein Plus Vertrauen. Mit den Änderungen würden Treuhandkonten, also Escrows, alle im XRP-Ökosystem entwickelten Vermögenswerte umfassen. Ja, also nicht nur mehr XRP, sondern auch die übers Ökosystem, ja, hinweglaufen. Es wäre für ein Projektteam möglich, einige Token in einem Trustline-Guthaben zu sperren und die Tokenversorgung zu überwachen. Darüber hinaus würden die Änderungen es Token-Emittenten ermöglichen, die Autorisierungskontrolle über ihre Vermögenswerte zu behalten. Außerdem könnten sie die Token einfrieren, selbst wenn sie in Instrumenten eingeschlossen sind. Darüber hinaus sieht die Änderung eine maximale Sicherheit des XRP-Legers vor. Da achtet man sowieso, Leute, so unheimlich drauf, auch von Überlastungen und so weiter vom Mainnet, wodurch dessen effizient gesteigert wird. Es würde eine irrelevante Multiplikation von XRP-Legers-Einheiten verbieten und die Rechenbelastung für das Ledger abschneiden. Also, wie eben erwähnt, auch die Belastung des Mainnet, darauf achtet man sehr, sehr, sehr penibel. So, Freunde, und jetzt komme ich zu einem Update, Upgrade, was schon geschehen ist. Ich habe euch ja gesagt, mindestens zwei Wochen dauert die Vote-Phase und von der Unique-Node-List, also von den 34, müssen 80% oder mehr eine Zustimmung finden. Also, ja, 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 ja. Konsensus 85%, deswegen in Ablet, hier 1 zu 1 von XRP-Scan, hier die Adressen und so weiter. Und, was für ein Upgrade ist das jetzt? Check Cache Makes Trust Line. So heißt das Upgrade. Hier nochmal, XRP-Legers erhält neue Änderungen. Hier ist, was es beinhalten sollte. Das schauen wir uns natürlich auch an. Eine Änderung namens Check Cache Makes Trust Line soll automatisch eine Vertrauenslinie erstellen, also eine Trust Line erstellen, um alle per Check erhaltenen XRP-L-Token zu halten. Die Innovation soll die Effizienz und Geschwindigkeit des Systems erhöhen, während man früher zum Einlösen eines Schecks eine Vertrauenslinie Trust Line für den Token erstellen musste, der manuell durch das Senden einer speziellen Transaktion empfangen wurde. Wir haben zum Beispiel Anfang 2021 die Trust Line-Phase ever. Ja, alles wurde erstellt, erstell eine Trust Line und da bekommst du dann halt deine Tokens parat. Und das geht durch diese Änderung halt eben alles viel schneller und unkomplizierter. Die Änderung ist eher ein Patch für eine frühere Checks-Innovation, die die Papier-Check-Funktionalität in XRP-Legers einführte. Obwohl die Neuerung bereits vor mehr als zwei Jahren eingeführt wurde, wird der Patch dazu erst jetzt übernommen, wie hier auch 1 zu 1 sichtbar ist. Ja, und wer hierzu noch ein bisschen mehr lesen möchte oder erfahren möchte, der kann sich hier das Ganze nochmal ein bisschen mehr durchlesen und mehr ins Detail gehen. Diesen Link findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung, github.com übrigens. Leute, es ist einfach unheimlich geil zu sehen, in welche Richtung der XRP-Legers sich entwickelt, in welche Richtung es geht und dass wir einfach höchst aktuell und aktiv sind rund um den XRP-Legers. Das ist auch sehr wichtig bei anderen Blockchains, damit wir erkennen und sehen und aktiv sehen, dass da sich was entwickelt. Ja, dass es keinen Stillstand gibt. Ein Stillstand bedeutet meist auch das Ende einer Ära, das Ende einer Blockchain, das Ende eines Projektes halt entsprechend. Leute, einfach aufpassen, klug investieren weiterhin. Mich freut es wirklich tatsächlich, dass der XRP-Legers hier sein Ding durchzieht und das ohne einen Mucks. Und ja, Freunde, der native Token des XRP-Legers ist der XRP und ja, dessen Preis wird irgendwann nachkommen. Genauso geil wird der Preis wie einfach das XRP-Legers selber. Also Leute, macht euch nicht verrückt, bleibt mir gesund und investiert klug. Euer Abend.